Heute haben wir ein cooles Thema, was kann man denn als männliche oder meinetwegen auch weibliche Jungfrau, man schon in den 20ern, wie kann man da sein Datingleben gestalten? Also vermute mal eher ein bisschen unfreiwillige Jungfrau. Ich schau doch mal in meine neuen Bücher rein, das eine ist über Langzeitbeziehungen und Decoding Labs, mein erstes Englisches, ist eine Übersetzung von der Liebescode, gerne mal verteilen in euren Communities und genau, gibt's auf Amazon. Ja, kommen wir mal zum Thema, Nastrovkolov hat mich hier gefragt, ich weiß nicht, was die Russen immer mit mir haben und ja, schauen wir mal rein, du kannst mir auch solche Fragen stellen über ein Formular auf liebeschip.de. Übrigens gehen auch jetzt in diesen Tagen Selbstlieben-Challenge Los- und Drama-Challenge und Manifestation-Challenge, wenn du da noch einsteigen willst. Kein Problem. Auf liebeschip.de. So, hallo Christian, ich, männlich26, habe letztes Jahr meinen Master in Astronautenkunde abgeschlossen, kurz davor in eine neue Stadt geflogen, jetzt frisch einen Marketing-Job gestartet. Ansonsten bin ich viel unterwegs, um neue Orte zu entdecken und habe bis letztes Jahr regelmäßig Fitness gemacht, was aktuell etwas ruht. Sollte man nie ruhen lassen, also gerade als, ja, als Mann oder als Frau, also erstmal ist es gut für die Gesundheit und, wie soll ich mal sagen, alles, wo du Energie reingibst, wird besser. Also je mehr Energie du in deinen Körper gibst und vor allen Dingen in deinem Jahr, da kann man ja auch noch guten Muskeln aufbauen, ist noch viel Testosteron unterwegs, kann man schnell Muskeln aufbauen, nutzt das, ne? Also, dass du einen guten Körper hast, hilft enorm beim Dating. Sollte man gar nicht meinen. Ja, also nicht ruhen lassen. Allerdings habe ich seit jeher ein Thema, damit Freunde oder auch eine Partnerin kennenzulernen. Wie gesagt, ich lese das immer mehr, irgendwie aus dem Gefühl, dass es auch mit Corona zu tun hat, also mit dieser, oder sagen wir mal mit den Lockdowns, also jetzt nicht mit der Krankheit an sich, sondern keine Ahnung. Ist alles immer schwieriger wie jetzt so persönlich. Mit meinen Arbeitskollegen verstehe ich mich super, war auch schon frühere Nebenjobs der Fall. Außerdem, außer, außerhalb dessen sieht es abseits von zwei engeren Freunden, mit denen der Kontakt aufgrund unterschiedlicher Lebensphasen und Wohnen außer Dünner wurde jedoch mau aus. Ja, das habe ich auch immer erlebt. Ich weiß gar nicht, ich wollte ja mein nächstes Buch auch ein bisschen drüber schreiben, aber das ist so das große, mir fällt noch kein guter Titel ein. Wenn euch ein guter Titel einfällt, schreibt jetzt gerne mal die Kommentare. Also so in Richtung das Buch für Singles, freiwillige, unfreiwillige Singles, vielleicht Leute, die müssen mehr allein sind, als sie wollen. Das wollte ich vielleicht mal irgendwann angehen im Herbst, im Herbst, so in der dunklen Jahreszeit schon. Ja, es immer, also Hobbys machen, auch so Erwartungsdruck da so rausnehmen, das ist auf jeden Fall immer gut, aber schon sich exponieren an Orten, wo man jemanden kennenlernen könnte, vielleicht nochmal irgendeine Fortbildung machen. Es ist immer noch in so einem Alter, wo das, also es wird nicht leichter, wenn man älter wird, sag ich mal, Hobbys machen und ja, also ohne jetzt da so verkrampft ranzugehen. Also das ist, glaube ich, total kontraproduktiv, wenn man da so, ich muss jetzt, muss jetzt unbedingt klappen, aber schon, das ist so ähnlich wie Dating eigentlich, schon am Ball bleiben, so, ne. Sorry. Dating-technisch sieht das ähnlich aus, sodass ich letztes Jahr erst das erste wirkliche Date hatte. Also ich, es ist heute, scheint mir so, könntest du gerne mal in die Kommentare schreiben, normaler, was heißt normal, also normal ist alles normal, aber das scheint häufiger vorzukommen, weil Leute in deinem Alter so im Schnitt scheinbar weniger Bettsport haben als die Generationen davor und dann kommt es eher zu sowas. Dann haben wir auch die Verwerfung durch die Dating-Landschaft, wenn man da so einmal so ein bisschen abgehängt wird, Stichwort Dating-Apps und Female-Choice und die ganzen Sachen. Ja, kann das schon vorkommen, kann manchmal auch, also kenne ich jetzt nicht, ich sage einfach nur mal, rassle meine Liste hier runter, kann auch, also ich war auch so ein bisschen Spätzünder, sag ich mal, hatte bei mir definitiv was mit Bindungsangst zu tun, so. Aber ich wollte gar nicht, oh Gott, bloß nicht so, so viel Nähe irgendwie, ähm, da musste ich, also, aber da schreibst du jetzt nichts zu, kann das alles Sachen, die man mal, ähm, anschauen könnte, theoretisch, ne, oder auch mit jemandem vor Ort, ne, besprechen könnte, so genau, das ist ja auch immer eine Möglichkeit. So, ich würde mich als begeisterungsfähigen, humorvollen Typen beschreiben, der im ersten Moment vielleicht etwas zurückhaltend ist, aber wenn man ein bis zwei normale Sätze gewechselt hat, kann ich diese Schüchternheit recht schnell ablegen, was auch von Freunden gespiegelt wurde. Also wenn ich jetzt mal so zwischen den Zeilen lese, dann können wir mir vorstellen, du bist eigentlich ein total netter Typ, verlässlich, ähm, ein bisschen schüchtern, das sind leider alles Sachen, die nicht, also, man denkt so, das muss noch, muss doch toll sein, aber ich meine, es ist halt, wenn ich, wenn ich das mal direkt sagen kann, das ist halt so null Badboy-mäßig, ne, und wenn man so null, also, wir wollen ja nicht unbedingt 100% Badboy, aber je mehr Badboy man da so reinmixen kann in den Mix, umso leichter macht man sich das unter Umständen. Also, ist jetzt ein bisschen flapsig alles, aber, ähm, so, dass, also, ich sag mal, ich glaube zum Beispiel, dass Menschen, die so eckig sind, kantig sind, die, ähm, vielleicht auch manchmal ein bisschen gefährlich wirken, so, ne, weil sie gerade von der Bohrinsel kommen oder was weiß ich gerade ihre, weiß ich nicht, äh, 24-Stunden-Schicht auf der Bohrinsel abgeliefert haben, äh, ein bisschen eckig, kantig, ähm, die haben es leichter im Dating, so, ne, also, da, ähm, hört mich auf, also, ich sag das jetzt alles nur, ich schreib's ja relativ wenig, so People-Pleasing abbauen, zu nett sein abbauen, äh, Kanten einbauen, ähm, Respekt vor Liebe, das sind alles so Stichworte, dass man auch so, wenn man jetzt in Dating-Situationen geht, dass man da nicht, äh, so, das mögen Frauen nicht, ne, also, dass man da nicht zu nett rüberkommt, so, ne, ich weiß, es klingt immer so ein bisschen, mh, aber, wenn du mich jetzt so fragst, dann ist das, was ich, ähm, sagen würde. Nicht, dass da jetzt irgendwas falsch ist mit dir, ich, also, das, also, ein bisschen war ich auch so früher und, hilft nicht unbedingt beim Dating, sagen wir mal so, ne, äh, auch, äh, gibt es Zeiten, wo ich sehr offen bin und dann Phasen, in denen ich deutlich unsicher im Umgang bin, mit anderen bin. Ja, es muss ja, das, jeder, jeder hat Probleme mit anderen Menschen, ne, also, fake it until you make it, ne, also, äh, für mich wäre auf jeden Fall auch der Dating-Kurs was, denke ich, für Männer und vielleicht auch, ähm, der ist aber nicht immer verfügbar, sonst müsste er, ich versuche gleich nochmal reinzupacken, vielleicht der Polaritätskurs. Polarität wäre auf jeden Fall das Thema, wenn du dein Dating-Game verbessern willst und, und auch, ähm, ja, daten, 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 ne, wirklich, lernt man beim Tun so, ne, also, jetzt, bei so jemandem mit dir würde ich auch sagen, ja, geh auf Online-Dating-Apps, äh, pack wirklich supergute Fotos rein, lass die Fotos von der Frau machen, die, die wissen meistens immer, wie es aussehen muss, so, auch wenn die vielleicht, die Fotos dann vielleicht, ähm, wo du denkst, boah, bin ich das überhaupt, scheißegal, dass das überhaupt mal ein Fuß in der Tür ist, dass du überhaupt auf Dates gehen kannst und, ähm, ja, dann auch diese Schüchternheit abbauen kannst und dann probierst du irgendwann mal was aus und, und dann ein Schritt nach dem anderen, ne, das geht schon alles. Äh, sicherlich ist die Schüchternheit zum Teil auch durch langjährige Mobbing-Situationen, ähm, auch in Bezug auf Dating, okay, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, was du da meinst, also, äh, sagst du auf jeden Fall in der Jugend, ja, also, sag ich mal, äh, also ich kann mich da so ein Stück weit reindenken, weil ich, weil ich so, wie gesagt, so gewisse Ansatzpunkte hatte ich da, glaube ich, auf, also ich bin jetzt, kann mich, ich bin jetzt nie gemobbt worden, so, und das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, aber, dass, äh, so meine ersten Dating-Versuchen mit, weiß ich nicht, wie alt ich da war, 14, 15, boah, ich habe, also, ich rede jetzt nur von Versuchen, äh, und ich war auch so, äh, mit mir selbst gefangen und, äh, dann gehen ja vielleicht auch die Frauen dann auch nicht immer so, dann, äh, was für's, wie, du bist nicht cool und, äh, so, ähm, aber gut, wissen wir jetzt nicht genau, was du meinst, ja, und da auch teils, äh, nicht guter Gesundheitszugang, Zustand mitbedingt, also, ich weiß nicht, was du damit meinst, aber wie gesagt, an der Gesundheit, an der Fitness zu arbeiten, immer eine gute Idee, ne, äh, andererseits sehe ich mich auch nicht als reines Opfer meiner schlimmen Jugend und kann inzwischen besser zu mir selbst stehen. Genau, das ist die richtige Einstellung, super. Trotzdem ergeben sich aus Möglichkeiten bisher keine wirklichen Freundschaften oder Beziehungen. Ja, wie gesagt, ich finde das, äh, seit, äh, Covid, finde ich das auch viel schwieriger, also, ich höre das auch von anderen, ich denke immer, boah, wo hackt denn das eigentlich genau, also, ich, ich kann ja schon, ähm, so als wenn die Welt so, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, oberflächlicher geworden wäre und ich habe auch lange mit, äh, Leuten deiner Generation gesprochen auf der letzten libysche Party da und die haben teilweise auch gesagt, boah, sie haben einfach keinen Bock mehr, sie gehen lieber, äh, machen sie sowas wie, das können sie übrigens auch machen, so wie Meet5, also diese, diese Freizeit-Apps oder was gibt's da noch, ähm, kommen gerade nicht drauf, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, da gibt's mehrere von, Spontex, die sagen, ich gehe lieber, also, bevor ich mit Freunden so rumhühner, die dann letzten Moment absagen, dann gehe ich lieber auf eine Spontex-Veranstaltung, trefft da Leute für einen Abend und gut ist so, ne, also, wie gesagt, das ist ein bisschen, scheint mir das, ich kenne jetzt keine Untersuchung, äh, im Trend zu sein, aber es hilft dir wahrscheinlich jetzt auch nicht viel, aber wie gesagt, ich, ähm, kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, trotzdem sollte man natürlich, ähm, ja, vielleicht auch, äh, deswegen sage ich auch so Sportverein und so, vielleicht auch, ähm, also ich kenne das zumindest auch, du schreibst ja hier Umzug durch Umzug, wird das auch alles immer schlimmer, ähm, also ich hatte auch, als ich damals studiert hab, du sagst, du hast ja auch studiert, hast wahrscheinlich die Stadt gewechselt, war bei mir auch so, ich, also, ich hatte, ähm, hab ja Psychologie studiert, logischerweise, hab Italienisch ein bisschen studiert und, äh, also, damals war das noch alles noch ein bisschen lockerer und hab Sport gehabt noch in dem Fach, ich kannte wirklich, ich würde sagen, ich kannte wirklich buchstäblich hunderte Leute und ich hätte mich wirklich halbes Jahr jeden Abend mit jemand anders treffen können, so, äh, das ist auch, in Bielefeld war das auch so, dann dieses Gebäude aus den, aus den 70ern oder 80ern oder ich weiß nicht was, also nicht schön, aber sehr funktionell, man war halt immer so aufeinander und konnte, äh, von der Psychologie-Vorlesung da so direkt zum Karate gehen und was was, das war schon super cool und dann, äh, erster Job in Hamburg und 99,9 Prozent sofort weg irgendwie, ja, das ist, ähm, wie gesagt, vielleicht kannst du ja auch, äh, im Job, also, da wo man sowieso ist, das ist eigentlich immer das Leichteste, ne, im Job, ähm, einfach mal, wenn jemand, ey, gehen wir mal ein Bier trinken, also, für dich wäre wirklich gut, deswegen ist, glaube ich, der Dating-Kurs auch ganz gut so in diesem Bereich Smalltalk lernen oder auch der Selbstbehauptungskurs kann ich mir auch sehr gut für dich vorstellen, ähm, so alles Smalltalk-Fähigkeiten lernen, also, du musst es wirklich immer wieder im Alltag, red mit Leuten, ne, an der Kasse irgendwie, ne, äh, wenn du dir, ähm, ne Jeans kaufst, äh, hol dir den Verkäufer und sag mal, hey, wie steht mir das denn, also, dieses auch mit Frauen reden, mit Männern reden, äh, das wären alles so Tipps, ne, aber man kann's nicht zwingen, irgendwie so, ne, ja, ähm, aber ich kann mir vorstellen, wie gesagt, auch jetzt, wenn du sagst, so Morgensituationen, dass man da auch, vielleicht bist du mehr, hast du manchmal vielleicht auch eine mehr, so eine Closed-Off-Ausstrahlungsverlust, was man vielleicht gar nicht so merkt, so, ne, aber kann man alles dran arbeiten, ne, ähm, wenn es sich im Alltag mal ein Gespräch ergibt, bleibt es bei eins plus drei Sätzen Smalltalk und jeder geht seiner Wege, ja, immerhin, aber daraus kann ja auch mal mehr, dann vielleicht sind es ja mal sechs, sieben Sätze, ne, oder, ähm, was weiß ich, bist irgendwo, ähm, weiß ich, ich hab beim Kitesurfen mal einen Kumpel kennengelernt, hab ich jetzt aber auch schon wieder nicht mehr, aber ich weiß noch, da hat er mein Kite mal dreimal gestartet und dann dachte ich mir, komm, gehst du mal hin, gehen wir mal ein Bier trinken oder so, ähm, irgendwie so, ne, vielleicht einfach mal, also mehr als ein Nein kann man ja nicht kriegen, so, ne, ähm, in Situationen, wo sich für mich interessante Frauen aufhalten, sei es bei uns in einer Art öffentlichen Platz am Wasser oder auch in Cafés sind die Frauen oft mit vielen Freunden im Gespräch und mir fehlt etwas der Mut, beziehungsweise die Idee, wie eine Unterhaltung gestartet oder im Leben gehalten werden könnte, ohne nach zwei Sätzen zu enden. Ähm, nichts, dass ich nichts zu reden hätte, aber das Gefühl von Interesse ist oft nicht da, spätestens bei leicht stockenden Gesprächseinstieg. Das meine ich so, ich würde, also ich kenne mich jetzt nicht, ich würde versuchen, an so einem etwas polareren Vibe zu arbeiten, so, und, ähm, ja, vielleicht kannst du auch aufregende Hobbys machen, da kann man das auch ein bisschen, was weiß ich, Brasilian, Jiu-Jitsu, Judo, keine Ahnung, ne, du bist ja echt noch jung, äh, ein bisschen Abenteuersportarten, ähm, aber warum auch nicht Online-Dating, also wenn man wirklich, wenn es einfach darum geht, mal so, so ins Tun zu kommen, warum nicht, ne, da finde ich das eigentlich in Ordnung, ähm, weil, das, ich finde, fürs Üben finde ich Online-Dating eigentlich gar nicht schlecht, so, ne, weil da weiß gleich jeder, worum es geht und, ähm, ja. Grundsätzlich komme ich auch so gut klar, aber weniger allein zu sein, vor allem partnerschaftlich, wäre schon ganz schön, ja, absolut verständlich, ne. Sorgen vor dem Führen einer Beziehung habe ich keine, bis auf zeitweise Unsicherheiten aufgrund des Erfahrungsunterschiedes. Jungfrau gleichaltiger eine Person, also ich habe jetzt hieraus mal gelesen, dass du vielleicht Jungfrau bist, ähm, aber waren wir alle irgendwann mal, und, äh, aber ich verstehe schon, was du meinst, das ist, ich glaube, das wird jetzt von, könnt ihr ihr Frauen mal drunter schreiben, ich glaube, Frauen finden das jetzt vielleicht problematischer, als es ein Mann finden würde, wenn die Frau jetzt noch Jungfrau ist, vermute ich mal, deswegen verstehe ich schon, aber es hilft nichts, du musst irgendwie ins Tun kommen, deswegen, ähm, Fahrradfahren lernen wir beim Fahrradfahren, so, ne, deswegen, äh, so möglichst viele Dating-Situationen schaffen, so, so würde ich das angehen, ne, und einfach, einfach, also da würde ich schon ein bisschen Druck reinsetzen, also jetzt, klar, man kann sich nicht Freunde schaffen, aber ich würde schon dieses, boah, so, jetzt muss aber mal hier, jetzt wollen wir mal hier in Gang kommen, das würde ich schon, wie soll ich mal sagen, ein bisschen forcieren, einfach, weil dann, äh, wie soll ich mal sagen, je mehr du ins Dating kommst, je mehr, je besser kann man daten, so ist es einfach, ne, und da hatte man vielleicht mal irgendwann mal einmal Sex, das war vielleicht noch irgendwie clumsy und ich weiß nicht was, aber dann, ah, jetzt weiß ich schon ein bisschen, wie es so und so und so und, äh, naja, ne, so, äh, vielleicht hast du dann, und dann, also, fake it until you make it, wirklich, vielleicht hast du noch einen weiteren Tipp für mich, auf den ich im letzten Jahr nicht gekommen bin, danke dir, Fahrrad, für deine Arbeit und wünsche dir viel Erfolg, wünsche ich dir auch von Herzen, hau rein, äh, schreib mir gerne mal wieder, wie es weitergegangen ist und wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Leben, macht die vollen Kurse. Musik